Joli und und mit 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 und ja ich war heute ich hab so Infekt irgendwie keine Ahnung auf jeden Fall bin ich heute noch zu Hause oh Scheibenkleister das gibt Ärger Professor McGonagall oh shit äh warte mal kurz der Ton ist weg warum keine Ahnung warum ist der Ton grad weg äh wieso ist der Ton weg äh ist mir aber auch jetzt egal so ich wollte dich warn aber der strenge Blick vom Professor McGonagall hat mich geliebt mh Verräter das reicht Mister das das reicht Mister Kana Angelica ist zurückgekehrt um sicherzustellen dass die Slytherin keinen Umfug im griffen nur Gemeinschaftsraum anstellen als sie Mister Kanas verdächtiges Verhalten bemerkt hat sie das Richtige getan äh bemerkte hat sie das Richtige getan und ihren Hauslehrer benachrichtigt oh scheiße und dann erwische ich sie beim Verlassen unseres Gemeinschaftsraum von dem sie wissen dass er Tabu für sie ist erklären sie ihr Verhalten Mister Chin äh ich wollte doch nur meinen Freund suchen Ben Kopper er ist auch ein Gryffindor das weiß ich wie sind sie auf die Idee gekommen dass sie ihn in unserem Gemeinschaftsraum finden würden äh es klingt dämlich aber ich hab gehofft dass er sich irgendwo versteckt ich muss überall nachsehen vielleicht ist er verletzt hm dann haben sie ihn also nicht gefunden nein nun gut verschwinden sie äh sie werden ihn keine Hauspunkte abziehen äh Mister Chin hat zwar eine unkluge Entscheidung getroffen aber immerhin Mut bewiesen nach seinem Freund und nach seinem Freund gesucht nach seinem Freund in Gryffindor außerdem weiß ich dass er nie wieder versuchen wird in einen fremden Gemeinschaftsraum einzudringen ähm nein werde ich nicht äh ja äh hallo oh äh ja es gibt da grad ein kleines Problem oh nein nicht schon wieder mit Rowan treffen ja ach da steh ich noch gut ähem so ja ab in den Kerker oh man ich habe keinen Bock ich habe keinen Bock auf Rowan ich habe keinen Bock auf Rowan hm keiner da da ist Rowan hm 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 hey Mace hm spürst du irgendwie welche Nebenwirkungen vom Sch- den Schrumpf und Schwellzaubern an dir äh es geht mir gut aber ich habe auf einmal mehr Respekt vor Insekten äh was denkst du was in diesen geheimnissen äh geheimen Anweisungen steht hoffentlich wurde Ben nicht gezwungen etwas Schreckliches zu tun hm das werden wir nur erfahren wenn wir diesen schwarzen Federkil zurück verwandeln Reparefage Reparefage was zum Teufel geh zum hinteresten Korridor am östlichen Ende im fünften Stock verwandle diese Schriftrolle in einen schwarzen Federkil zurück und bring sie wieder in den Griff in der Gemeinschaftsraum missachte diese Anweisung und du wirst schwer er straft er oh nein schwere Strafe ist das etwa der Grund für Ben's verschwinden was ist denn in diesem Korridor nix so wie ich weiß niemand geht dorthin aber warum sollte er den schwarzen Federkil an seinen Fundort zu bringen vielleicht erhält nicht nur er diese Anwesung hm ich hab ein schwarzen Dumbledore meint wir sollten einen Lehrer Bescheid sagen wenn wir etwas seltsames finden meinst du wirklich wir sollten im Korridor erkunden ähm Penny macht sich auch Sorgen über Ben ich werde sie bitten in den Korridor mit mir zu gehen während du Dumbledore oder McGonagall Bescheid gibst hm hm ok bitte seid vorsichtig Mace wie immer bin ich hm zwei Stunden hab ich hab ich doch grad ah come on ach sag bloß wieder dies ah schon wieder mit Roan ey Leute ich krieg langsam einen Schreikrampf wegen ihm oh scheiße Professor Snape äh Hallöchen sie sollten nicht mit mir sprechen niemals ok 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 alles gut alles gut wie viele Hauspunkte hast du für dies uns dies Jahr geholt äh check 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 also ich hab 64 Punkte und bin damit auf Platz 3 und was mit dir wie viel hast du ha 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 oh Merula ich denke immer noch dass es ein Fehler war dich nach Slytherin zu schicken als Maul ist keiner da ja das mach ich grad schon wieder treffen oder was hast du's gehört Mace Slytherin wollen dass Gryffindor endlich nicht mehr über ihren Quidditch redet lautet der Plan unser Vertrauensschüler wird den allen Slytherin allen im Slytherin Gemeinschaftsraum mitteilen ja dann geh ich auch sofort hin ja dann geh ich auch sofort hin Felix du wolltest uns sprechen ah da ist er ja hi Felix wer bist du wir machen unsere regelmäßige Rache treffen Spaß ja wir auch wir auch sowas von Leute sowas von musst du mir echt überall folgen Jin ich bin wohl verflucht wie dein Bruder nein es ist nur das Treffen ich finde es toll wenn so viele Slytherin sich so feinsam finden ja alles klar Jo Felix was geht Dank eurem Versager Versagen und Inkomponenz einiger von euch konnte uns Gryffindor in Quidditch schlagen sie hören nicht auf darüber zu reden also müssen wir sie zum Schweigen bringen am schlimmsten daran ist dass uns das Hauspunkte gekostet hat wir haben ihre idiotischen Angebereien schon viel zu lange ausgehalten Idiotische Angeber wir brauchen einen Plan um sie in ihre Schranken zu weisen einen Racheplan gehts dir gut Rowan du wiederhals alles was ich sage und aber ein klein wenig anders er ist okay Rowan will nur sicher gehen dass Slytherin immer das beste Haus bleibt leider also 3 Stunden na hoffentlich klappt das ja ich frag mich gerade warum der Ton so komisch ist ja so Leute damit war es das jetzt erstmal wir warten jetzt weiterhin gönnen werde ich mir gar nix und dann gehts weiter mit dem Racheplan für Gryffindor viel Spaß Leute Ciao